Spatarskessens Ein Zeitalter der Freiheit Und alle werden erfahren, dass 300 Spartiaten ihren letzten Atemzug abwarten, um es zu verteidigen Nach Spatarsgesetz werden wir kämpfen Und bis zum letzten Standort sein Und untergehen Und alle die jungen Mannschaften, die sich fühlen, dass sie die Besucher aus der Ressort 200 Jahre reichstätig versöhnen Die haben offensichtlich noch nicht hoch Die haben offensichtlich der Ressort Die haben offensichtlich noch nicht hoch Hallo, wir sind gerade vor 5.000 Leuten aufgegriffen in der EPS-Arena. Michael Jackson, They Don't Care About Us, The Drill und Billie Jean. Jetzt erzählt noch mal eure kurze Erfahrung, diese Performance hier vorne an der Spitze. Das ist echt wahr, wenn man tanzt. Ja doch, am Anfang war es zu sehr aufgeregt, aber da war es so cool. Am Anfang haben wir einfach eine Minute vorher den Song angemacht und ich stand direkt vor der Werbetafel. Und da hat sich gewundert, warum ich nicht tanze. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen. Ja! So, liebe Freunde. Jetzt werden wir alle aufgeregt. Wir sind alle aufgeregt. Ich kann nicht so gut gehen. Ja, ich kann nicht so gut gehen. So, liebe Freunde, alle die Techniken von vorne kommen von vorne an und dann aus aufgeben. Und wenn die Zuschauer drücken, dann kommen wir mal an. Jetzt. Und ihr seid dann. Und ihr seid dann schon zweimal hier aufgetreten. Das sind heute insgesamt, oder? Ja. Okay. Mit mir war noch geiler, oder? Ja. Das wollte ich wissen. Danke schön. Danke schön. Ja, jetzt räumen die hier alle auf. Ich krieg immer wieder Gänsehaut, wenn ich Michael-Musik in Arenen spielen darf und dazu auch tanzen darf in der Tanzgruppe. Heute war es auch wieder so geil einfach. Und ja, gerne auch mal an andere Vereine diese Info. Weil wenn man das einfach mal umsetzt und die Arbeit investiert, dann wird das Formeln annehmen. Und wenn auch die Zuschauer 100% begeistert seien, das ist halt immer nur so ein Ding von einfach mal machen. Und das haben wir jetzt schon mehrfach hier umgesetzt bewiesen. Und ja, den Zuschauern gefällt es immer wieder. Und es ist einfach geil. Und das Feedback immer aufklären wird sich auch die Arbeit, die Mühe, die wird mir auch lohnen.